Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem rufen nach mehr Zuwanderung. Überall fehlen Arbeitskräfte. In 20 Jahren geht es deshalb vielleicht nicht mehr um die Frage, ob auf eine Pflegekraft drei, vier oder acht Personen kommen, sondern darum, dass es in manchen Regionen Deutschlands schlichtweg keine Pflegekräfte mehr gibt. Die Lage ist also ernst. Trotzdem machen wir es den Menschen, die hierher kommen wollen, um unsere Eltern zu pflegen, den Bus zu fahren oder Microchips zu verbauen, viel zu schwer. Wenn zum Beispiel ein mittelständisches Unternehmen eine top ausgebildete Fachkraft im Ausland gefunden hat, beginnt die Misere erst. Visa-Anträge müssen in teilweise Hunderte Kilometer weit entfernten Botschaften gestellt werden. Die Unterlagen werden über Kontinente per Post nach Deutschland geschickt und hier analog von Behörde zu Behörde weitergereicht, um sie dann ganz am Ende wieder per Post über Kontinente zu den Auslandsvertreterungen zurückzuschicken. Das kann Wochen, Monate und manchmal auch über ein Jahr dauern. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen also endlich Verfahren digitalisieren. Wir müssen Verfahren vereinfachen und wir müssen bürokratische Hürden abbauen. Wir müssen Einwanderungen leichter und wir müssen Einwanderungen schneller machen. Weil beim Arbeitskräftemangel sind wir in einem weltweiten Problem. Und wir sind in einer Konkurrenzsituation mit anderen Staaten. Der bisherige Irrglaube, dass sich ausländische Arbeitskräfte doch bitte unter hohen Hürden zu beweisen und um eine Arbeit in Deutschland zu bemühen haben, ist eine völlige Verkennung der Realitäten, der Notwendigkeiten und schlechtweg auch der Konsequenzen, die uns als Gesellschaft drohen, wenn wir mit dieser Einstellung weitermachen. Stattdessen brauchen wir ein Mindset, das endlich versteht, dass wir uns um ausländische Arbeitskräfte zu bemühen haben. Aber, um auch das einmal ehrlich zu sagen, weder eine Strategie noch ein Gesetz alleine werden, ein Allheilmittel sein, wenn ich mir die Menschen vorstelle, die sich seit Silvester überlegen, nach Deutschland einzureisen, dann glaube ich, werden sie sich diesen Schritt sehr gut überlegen. Denn mit jeder fehlgeleiteten rassistischen Integrationsdebatte ruft ganz Deutschland in die Welt hinaus, Du bist hier nicht willkommen. Und das ist Gift, auch für unseren Wirtschaftsstandort. Und was es stattdessen braucht, ist ein Verständnis dafür, dass Vorhaben wie die Fachkräftestrategie oder die Chancenkarte auch eine Chance für Deutschland sind. Eine Chance dafür, dass in 10 oder in 20 Jahren Menschen da sind, die ein Interesse haben, unsere Eltern zu pflegen, unsere Busse zu fahren oder Microchips zu verbauen. Einige müssen das wohl noch verstehen. Vielen Dank.